Herzlich willkommen bei dem YouTube-Kanal der Firma BAG MbH. Unser Thema wird dieses sein. Prozessbezogene Armaturen und deren Automatisierung. Die Prozesse in der Industrie können verfahrenstechnisch sehr unterschiedlich gestaltet sein. Dabei haben die Anlagenbauer und Betreiber von industriellen Anlagen eine hohe Verantwortung zu tragen. Es geht ja nicht einfach nur um die professionelle Herstellung von Produkten, sondern auch um die Sicherheit von Prozessen, um die Schonung von Ressourcen und den Schutz der Umwelt. Wir freuen uns, dass wir Ihnen Beiträge zu Lösungen für Produktionsprozesse hiermit vorstellen dürfen.